Musik Ich darf mich für stellen. Im Jahr 2015 Prinzessin Inka-Schollern, Angelika I. Angelika Kierkowski. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ich habe schon Panik hier. An ihrer Seite die Prinzessführerin Hannelore Piers und die Hofdamen Brigitte Winzinger und Marga Zahn-Leiber. Und einige Assidanten haben wir auch. Und mann normalerweise auch was. Das ist das Ding, dass wir jetzt doch sind. Ich nehme an, das ist ein Mann. Und da war's. So, Angelika, dann darf ich dir auch jetzt erstens das Wort geben, bevor wir uns dann ein Assidanten im Nachhinein haben. Ja, ich habe noch mal gesagt, 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 ich habe schon erwähnt. Ich bin mit der ganzen Gruppe, der schöne Spätäte hier. Und wir gehören, meine Damen und meine Männlichkeit gehören natürlich auch dazu. Und wir werden natürlich auch mal ein bisschen was darbieten. Und hier kommen wir ja schon ein paar Jahre her. Es ist ja immer so aus Stimmung. Und bevor wir natürlich hier ein Sohn auf der Kette legen, möchte ich natürlich auch mal Mottofunk holen. Kurz hin und nachher, da kamen wir jetzt unsere Korsüre. Fünf mit uns voll zu noch und vier. Hallo! So, wir haben uns hier ja auch noch eine Kette. Und das ist ja nicht. So, die Augen sind vergeben. Und wir müssen ausrufen auf die neuen Ortensträger. Äfferen! Ja! Korsüre! Ja! Äfferen! Ja! Ich gebe Ihnen das Wort. Danke Angelika. Natürlich sollt auch ihr unseren Jubilierungsorden bekommen. Und da bitte ich euch mal den Fangs original anzugeben. Angelika hier unsere Jubiläum. In den Augen des Pänschen. Also auf das ganze Schlürze, die man sich steht. So, und jetzt darf ich die Kommandantin mit, oder? Ah! Ja, hier ist sie. Ich stelle das auf. So, und jetzt darf ich auf. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bye. Tschüss.